I Have No Tomatoes So nicht hier Netzwerk oder so Ja, was ist I Have No Tomatoes? Press Enter to begin the lap 1 Gib ihm I Have No Tomatoes Man sieht in der Mitte diese gelbe Tomate Das ist meine Wenigkeit Und ja, was ist es? Ist es irgendwie Ich würde es jetzt einfach mal ganz dreist Bomberman Klonen nennen Sowas in der Art zumindest Wo es darum geht Möglichst viele Tomatoes ins Jenseits zu schicken Ohne selbst dabei drauf zu gehen Ich glaube, das ist so die Kernaufgabe Und oh Gott Ich hoffe, das ist tonmäßig einigermaßen vernünftig Ähm Es ist gar nicht so einfach Wie man Ah, meinen mag Ähm Einfach, weil die Steuerung halt so Über Eck ist Und Bla Und keine Ahnung Vielleicht bin ich einfach nur unfähig Verdammt Und dann stirbt man auch Was aber kein Problem ist Weil man steigt einfach wieder ein Ah, fuck, fuck, fuck Äh, ja Counter sieht man oben rechts in der Ecke Und auch einen Zeit-Counter Der gerade abgelaufen ist Und mit 34 zersquashten Tomaten Steige ich in den nächsten Level ein Das Ganze ist ein reines Highscores-Game Sprich Ähm Ja, wenn diese irgendwann mal geknackt ist Ist das auch gut Dann hat man sich quasi genug mit den Tomatoes beschäftigt Sozusagen Ähm Zieren ist nicht ganz so einfach Merke ich immer wieder Was diese Updates alles so bringen Habe ich auch noch nicht so ganz rausgefuchst Lightning Bowl To-Topado-Potato-Man Aussprache sind wir golden Wildfire Teleport Irgendwie kommt gerade nichts mehr Ah Da sind sie Ich habe schon schlechtere Spiele gespielt Und ich bin im Übrigen kein Bomberman-Freund Eigentlich gar nicht, verdammt Weil ich das Spielprinzip eigentlich eher ätzend finde Ähm Aber da ist es ja auch der Fall Dass man dann, wenn man einmal gestorben ist Gestorben ist Sozusagen Das ist so ein paar Dinger, die ich so finde So Napalmstreik und bla Das klingt im ersten Moment gar nicht so schlecht Das ist eigentlich schade Dass ich keine Ahnung habe, wie man das einlöst Level finished Naja, komm, einen machen wir noch Und dann ist das auch kurz genug angespielt, denke ich Ähm Die ganze Geschichte ist nicht allzu groß Ich glaube 10 Megabyte waren das im Download Ich habe mir sowohl die Download-Variante Als auch die aus den Ubuntu-Repos angeguckt Ähm, viel getan hat sich dann gerechnet Einfach aus dem Grund Der letzte Entwicklungsstand Lasst mich nicht lügen, wie so oft Trotzdem passiert es immer wieder Liegt bei 2009 Ich meine 2009 war es Ähm, I have no tomatoes wird auch an verschiedensten Stellen Gerade so im Ubuntu-Fanforum bla Äh, ja, empfohlen Um zu testen Ob die 3D-Beschleunigung läuft Also dieses kleine Mit der Äh, 3D gestalte Spielchen Braucht wahrhaftig Einigens für die 3D-Beschleunigung Sonst tut sich hier nicht Jo Dann war es auch schon mit dieser Runde Level finished Äh, brechen wir das Ganze hier mal ab Are you sure you want to? Natürlich Are you sure you want to? Hätte ich mal Escape gedrückt Hätte es auch funktioniert 0,88, Meldrian Tada Ja, also wie man sieht Geht da Highscore-technisch noch einiges mehr Als das, was ich gerade gemacht habe Komm, wir gucken nochmal eben in die Option Settings for Player One Hier gibt es eben nur, ähm Den Bewegungstyp Die verschiedenen Bewegungsrichtungen Bombe schmeißen Und Use a Special Write Alt Hm Rechte Alt-Taste So, so Ach, wisst ihr was? Einfach mal so zum Spaß Press Enter Oh, er wird erst mal gestorben Sehr gut Write Alt So, da passiert schon mal nix Kein Wunder Ich habe ja auch nichts aufgesammelt Ich versuche gerade mal da oben hin zu kommen Ohne, dass ich von irgendjemandem angepotet werde So, jetzt habe ich irgendwas aufgesammelt Und es kommen keine Texte Da war was Und jetzt habe ich es wahrscheinlich gerade wieder verloren Sehr gut Ja Zumindest passiert auf Alt irgendwas nix Naja You received a trap So, jetzt nochmal Alt Rechts Da passiert nix Steuerung rechts Passiert auch nichts Alt links Passiert auch nix Shift Ja Also wenn man das noch irgendwie auswählen muss oder so Weiß ich zumindest nicht Wie jetzt sterb ich eh Ten seconds left Ja gut, okay Ähm, schade Ich dachte, dass es vielleicht durchklappt Aber dem scheint nicht so zu sein Egal Das war es soweit Äh, von mir zu I have no tomatoes Ist ideal für die Mittagspause Oder für den Kleinsten in der Familie Wenn der sich mal beschäftigen will Es ist nicht so schlecht, wie man meinen könnte Gebt ihm eine Chance Aber wenn er direkt merkt, es ist nicht euers Lasst es halt auch gleich bleiben Gut Dann würde ich sagen, bis zum allernächsten Mal Ähm Weiß ich nicht Keine Ahnung Gibt es auch Fullase Infos dazu Ihr könnt ja mal vorbeischauen Ich habe nicht geguckt, ehrlich gesagt Und, ähm Ja, was bestimmt auch lustig ist Das ist der Two-Player-Modus Aber den kann ich mangels Two-Player Natürlich nicht testen In diesem Sinne Man sieht, schreibt, spricht und spielt sich Bis zum allernächsten Mal Macht es gut, hau da rein Und tschüss